Willkommen zurück, hier bei VORLOCK3 und wir werden jetzt uns mit ein paar Dingen beschäftigen. Doch miet. So nicht. Wir müssen hier irgendwo was lagern. Aber wir haben hier keinen Lagerraum, oder? Doch, hier haben wir doch was. Schön und auch miet. Hm, Brennstoff, okay. Schöne Zigarren, Aschenbecher. Ähm, wir haben auch noch was. Warte mal, können wir jetzt das hier eigentlich wegnehmen? Ja, das können wir verwerten. Ja, verwerten. Den Schrank lassen wir stehen. Das lassen wir alles mal stehen. Mhm. Da ist das nochmal stehen. Hier kann man rausgucken. Wir räumen mal hier drin ein bisschen auf, irgendwie, oder? Ah, so viel gibt's hier gar nichts zum Aufräumen. Jetzt ist leider eingebrochen, okay. Das war wohl das Haupttor. Lalalalalala. Können wir irgendwas wegholen? Nein, können wir nicht. Oh ja, wo ist so ein benötigten Typ, ja. Ausgucken. Oh, hier gibt's auch irgendwas. Was brauchen wir ausgucken? Ja, ein Bett oder was? Sowas brauchen wir doch nicht hier auf einer Burg. Zerstörte Artillerie. Verwerten. Jo. Die Burg. Mhm. So, können wir hier runter, können hier rein. Das können wir nicht wegmachen. Hier eine Kühlschrank. Verwerten. Weg. Küchentisch. Verwerten. Teppich. Weg. Weg. So schön das hier auch ist, wir werden's schöner machen. Ein Kochherd. Pff. Hier so Müll. Asbest. Mhm. So, hier gibt's schon mal nichts mehr. Hier ist ein Bett und ein Tisch. Können wir erstmal lassen. Das können wir auch lassen. Das lassen wir auch. Hier ist der Raum und hier konnte man runter. Ich will ja mal wissen, was hier unten ist. Okay, nix. Das hier wird unser Zimmerchen. Da kannst du einen drauf lassen. Weg. 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 Holzkist. Weg. 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 So was braucht kein Mensch. Weg. 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 Auch weg. Auch weg. Alles weg. Das brauch alles keiner ne. Hier ein Eimer. Wer will denn so einen Eimer und Besen? Pff. Bitte euch. Aber das ist hier nicht, schade, kann man nicht ra... ra... rausholen. Aber hier kann man noch. Weg. 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 Oh, eine Rakete. Weg. Du kannst eigentlich auch weg. Teppich. Weg. Hier sind Betten, die lassen wir mal. Aktenschrank. Weg. 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 Und hier ist der Teppich auch weg. Der nicht. Die Wohlfahrt, ne? So, okay. Escape. Und hier können wir jetzt durchsuchen, ne? Mist. Hier den Globus können wir eigentlich nehmen. Und dann können wir ja jetzt... Hier ist falsch. Geh mal weg durch Miet. Hier hin. Transfer. Schrott lagern. Und... So. Werkstatt. Energie. Generatoren. Den können wir bauen. Also bauen wir so einen großen. Wo ist hier das Ding? Wo das Kabel reingeht? Hier, ne? Hier geht das Kabel dran. Also... Bauen. Zack. Zack. Nein. Escape. So. Und jetzt möchte ich das Ding... Na, Freunde? Burgtunnel. Oh je, oh je, oh je. Das klingt doch schon ganz gefährlich. Hallo. Speichern. Nein. Ja, ihr habt sie gesehen, ne? Ich sehe sie da vorne auch. Aber jetzt gleich, wenn wir kommen, dann ist sie da nicht mehr, oder? Natürlich nicht. Danke für den Hirnpilz. Kann man bestimmt auch noch ein bisschen was machen? Okay. Das war nicht nett. Das war nicht. 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 So Schnee geht das. Ein paar Leuchtepilze hier mitnehmen. Mieten, speichern. Wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen, eine Muskete und so ein Kram. Da. Danke. Danke. Alter. Ähm. Danke. 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 ав jacket. F**k. Hahahaha. Ah, haben wir uns selbst in Luft gesprengt. Was denn jetzt? Ja, natürlich möchte ich weiterspielen. Ich glaube, wir haben gerade die ganze Basis in Luftgejagd. Oh nein. Nein. Oh. Das seht ihr auch, oder? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kurz speichern. Alles ganz okay, alles ganz gechillt jetzt hier. Ist auch immer interessant, dass immer was anderes da ist, ne? So, speichern. Gut, dann kriegst du jetzt halt ein paar Splittergranaten ab und, äh, ich esse dann in der Zeit hier mal schön Psyko. Hallo? Habe ich jetzt abgewählt, oder was? Oh, ja. Hallo? Okay, wie viel haben wir jetzt hier abgezogen schon? Aber was muss doch passieren mit dem? Hm. So, dann gibt's jetzt noch einen schönen... Ne, gibt's nicht. Ich glaube, er ist hin. Ja. Wo sie uns kommen? Hm, 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 hm. Dann hast du davon, Idiot. Hat nicht mehr irgendwelche coolen Sachen hinterlassen. Pff. Das für ein Beschiss. Nix, nix hat er da gelassen. Ja, falls ich grad ein bisschen ruhiger bin, ich nehm grad eine ganze Zeit schon auf, das ist, äh, naja, scheinbar normal. Oh, oh. Unzugänglich, das ist schlecht. Da möchte ich aber gerne hin. Hm. Unzugänglich, das ist ganz schlecht. Muss doch irgendwas sein. Was ist denn das? Was bist du? Irgendwas Großes. Gibt's hier nicht irgendwie noch was? Nö. Ein verdammt. Strohkissen. Tja, Freunde, ich würde da gerne rein, aber unzugänglich, das heißt doch eigentlich nur, dass wir eine Schlüsselkarte oder sowas brauchen, oder? Und die muss doch hier irgendwo sein. Wird die so übersehen? Das ist der Haupteingang, ne? Ja. Ja. Dogmeat, was denn los? Hast du was gefunden? Oh, oh. Was ist hier los? Oh nein, ich trage zu viel. Nein, ich trage zu viel. Oh nein. Ich werde hier sterben. Ich will nicht sterben. Dogmeat. Hey. Ja, du hörst auch das Gebellen, ne? Mann, ey. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Molzonschrott hier, den kannst du ganzen Kram mitnehmen. Hier, bitte. Diverses, nein. Hilfsmittel, nein. Kleidung, ja, hier. Nimm. Flammenwerfer, nimm, nimm hin. Lasermoskete, nimm sie. Leuchtpistole, Splittermin, behalten wir, behalten wir, behalten wir, behalten wir, behalten wir nicht. Behalten wir, behalten wir. Strohkissen. Jetzt sag nicht, dass der Kram da rüber geflogen ist. Doch, ist er. Ganz ruhig. Da ist noch eine Fusionszelle. Im G-Geschütz, hier immer noch was. Kartoffelchips. Hallo. Fleisch und Bohnen. Fleisch und Bohnen mag jeder. Tja. Sonst gibt's hier nichts mehr, ne? Verdammt. Psycho wirkt nicht mehr, ja. Das Ding müssen wir doch auch irgendwie öffnen können. Na gut. Oh, was haben wir hier? Hm. Dann gehen wir aber wieder nach oben und holen unser ganzen Kram aus Sanctuary und, ja, mal gucken, was wir noch machen, ne? Also, falls ihr euch jetzt erhofft, dass jetzt noch großartig was passieren wird. Nein. Ah. Es wird jetzt nicht mehr viel passieren. Außer. Was denn? Wo denn? Ja, wo denn? Ja, wo denn? Ich komme. Ja, wo? Lauf! Du bist ein ganz guter Junge. So. Transfer. Schrott lagern. V. Strukturen, ja. Metall natürlich. Wände. Ne, Wände nehmen wir hier. Wie kann man die hier drehen? Ah ja, okay. Die sieht stabiler aus, oder? Aber die hier ist hübscher. Ja, wir bauen das hier zu, ne? Hm. Enter? Nehmt E. Und, okay. Was? Sens junge zu spielen. Nehmt Евgernacht! Verlassen. Ja, wir sind ja ganz große Könner, ne? Wer das sagt, nicht das gehört sind. Wir sind ja echt die Spezialisten. ach was mache ich den jetzt hier licht aus wir machen das mal anders wir machen hier mal wir bauen das ding mal so dran oder so und das ding nebenbei und bauen es wir brauchen das war hier so dass sie nehmen wir und bauen das mal hier und wir wollen am teil wir können verwerten ja verwerten ja so ich möchte gerne so eine ecke haben ja und die möchte ich gerne hier irgendwie gepflanzt haben nee möchte ich nicht v ja mensch ja ja e r ja 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 was hast du jetzt hier was ist denn das für ein süßes hübsches ding hier nachtsicht vier stufen laser muskete viel kannst du nicht ne nachtsicht panzerbrechend ok mächtig scharfschützen ist unseres ja komm ok also ich möchte es eigentlich ganz gerne hier so zugebaut haben v ja das soll unser haupteingang werden und hier kann alles zu das heißt im grunde müssten wir nur strukturen metall zäune metall dächer nee dächer nicht wände ja das heißt im grunde müssten wir nur kriegen wir das jetzt hier zu das ist bauen ist echt ein bisschen kompliziert ja genau so wollte ich das natürlich haben ach dann lass stecken lass stecken digga so wir gehen jetzt hier ran r kleidung hilfsmittel munition inventar waffen hat 38 schaden hat 36 ok doch wie handeln alles nehmen ja ja schrott lagern danke dann den flammenwerfer ja 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 nein nein ja nein 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 bald war so kleidung oh ja hilfsmittel diverses munition eigentlich müssten wir ja eigentlich müssten wir ja den ganzen kram hier reinpacken ne alles nehmen untersuchen fallen lassen wir können ja eigentlich alles da reinpacken alles weg dann haben wir nämlich kein kram bei uns und dann haben wir unseren ganzen kram in der burg auch noch nicht viel müller so 0 alles klar ich bin nackt nackt bin ich so macht aber nichts wir reisen jetzt aber nackt hallo ich möchte hier reisen zack zack jetzt wie diese vier die sehen echt mies aus du rennst schneller wenn du deine waffe einsteckst und am schnellsten wenn du sprint ist nein was ich ein bisschen schade finde ist der schweiz ziemlich kurz und es erinnert mich irgendwie es sieht ein bisschen aus wie mollak ball mollak ball ja hallo ich bin nackt alles nehmen du trägst zu viel erstellt wird verwerten jetzt fettmann einmal können wir abbrechen flammenwerfer junkjet laser pistole können wir einmal maschinenpistole raketenwerfer einmal springmesser automatische laserpistole gift laserpistole glück was macht das kritische ok ist allerdings auch kompensierte weg weg kurz sturmgewehr weg damit das baby mit trommel großes trommelmagazin alles klar ach so kann ich nicht ok taktische die behalten wir mal automatisch weg das war es verlassen ich trage immer noch viel zu viel waffen kleidung ok dann lagern wir jetzt die sachen erst mal ein lalalalalala die ganze kleidung so viel kleidung haben wir mitgenommen gott hilfsmittel schrott lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala t Okay, also wir nehmen mit Aluminium. Wir nehmen mit Beton. Ah, Beton ist das Schwere, okay. Ähm, Schrott. Beton. Dogmeat? Hey. Hey, ich sag da handeln. Ähm, mit H? Ne, hier. Das war's schon wieder. Oh, Mann, ey. Dogmeat, du bist einer. So, was haben wir denn hier? Holz? Ne, ähm. Glühbirn. Glas. Glasfaseroptik. Glasfroog, Glasschale. H, B, C, D. Beton braucht man nicht. G, H, ne? Auf Beton müssen wir aufpassen. Das war auch nicht zu viel mitnehmen. So, okay. Und reisen. Ab zu unserer Burg. So, jetzt unser, unser Stützpunkt hier. Zack. Alter, was ist das denn? Alter. Speziell aus einem abgetrennten Stück einer Todeskralle gefertigt, ermöglicht die Todeskrallen an der Anschluss, seinen Träger, Gegnern mit brutalen Hieben massiven Schaden zuzufügen. Alter, wie cool ist das denn? Das ist natürlich eine geile Sache, ne? Oh. Hier ist gerade Gewitter. Gewitter? Transferen. Einen gesamten Schott. Und alles. Wir schmeißen alles wieder rein hier, ne? Wenn wir erstmal unseren ganzen Kram hier unten haben, dann wird das Leben viel einfacher. Questgegenstände. Achso. Ups. Ach komm. Weg damit. Okay. Dogmeat? Aufgepasst. Hallo? Ach. Ja. Gesamt-Vortlar können wir nicht. Ähm. Und wieder hoch zu Sanctuary. Ja, das ist ein Hin und Her hier war. Was? Hot Rodder? Für jeden, der damit ausgeht, Hot Rodder, erhältst du eine Power Rüstungsstation, eine neue einzigartige Lackierung für deine Power Rüstung. Cool. Wie ihr seht. How to Mod. Core Vegas Core Reactor. Flame Job. Das ist ein cooler Hot Rod, ne? Das sieht schon geil aus. Das sieht ein bisschen aus wie ein Käfer. Das ist der beste Weg, wenn ich mein Kram hier weghole. Mal, einerseits haben wir hier gewohnt. Andererseits müssen wir mit unserem alten Leben abschließen. 61, ich trage zu viel. Okay. Und wieder runter. Aber Freunde, ich gucke gerade auf Uhr. Und ich denke... Mhm. Ich denke, wir haben jetzt genug Folgen für die kommende Woche. Das ist schon eklig, ne? Ja. 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 Und technisch kann ich, glaube ich, gar nicht fliegen. Naja. Äh, ich glaube, wir haben genug Folgen für die Woche. Und würde dann einfach sagen, wir machen dann hier einen Cut. Gesangten Schrott lagern. La 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 la. Und sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, ne? In diesem Sinne. Tschüss. 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 Tschüss.